Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret of the Magic Crystals. Ja, wir wollen heute noch ein bisschen mit unseren Einhorn weiter trainieren. Und wir betreten einfach mal unseren Stall, würde ich sagen, und gucken mal, was Apple Bell so macht. Ja, ihr habt mir gefragt, ob das Spiel kostenlos ist. Nein, es ist leider nicht kostenlos, aber es ist nicht so besonders teuer. Es gab ein Halloween-Update und heute ist bei mir Halloween. Deswegen seht ihr hier, es wurde tatsächlich alles so ein bisschen Halloween-mäßig gemacht. Finde ich total zauberhaft. Also finde ich super. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Ich habe leider immer noch nichts rausgefunden, wo man neue Pferde mit dazu kaufen kann. Denn ich weiß, irgendwo kann man das. Zurück. Gehen wir erstmal ganz zurück. Okay. Wenn wir aber noch rausfinden, wir lassen ihn mal ganz kurz. Willst du nichts fressen? Doch, er will was fressen. Und dann werden wir heute mal ein paar Sennen machen. Denn wir müssen unbedingt Kohle verdienen. Und damit wir genug Kohle fürs neue Pferd zusammen haben. Und damit wir alles ein bisschen erweitern können. Jetzt muss ich mal gucken. Beim Tor macht man das. Genau. Da schauen wir mal, da waren ja auch noch ein paar andere Sennen. Hier ist natürlich auch alles so ein bisschen auf Halloween gemacht. Finde ich super. Ähm, wir könnten auch direkt Multiplayer mal ausprobieren. Einfach mal testen, ob das geht. Machen wir mal Seaside. Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal schon, oder? Ich weiß es nicht so genau. Okay, es startet bald. Power-Ups. Press... Ich muss erstmal gucken. Es ist noch nicht alles komplett in Deutsch. So ein paar Sachen. Leider nicht. Aber hier hat man so ein bisschen das Tutorial, was man vorher nicht hatte. Das finde ich auch ganz schön. Oh, hier steht auch alles, was was macht. Lucky-Dinger. Die kann man ja mal einsammeln. Protect your horse from any harmful effects. Das ist natürlich super. Das heißt, wenn wir so ein Teil benutzen, dann kann man nicht im Wasser einmal zählen. Denke ich zumindest. Hoffe ich. Gibt's your horse a serious amount of extra speed in a few seconds. Okay. Pegasus-Wings. Alles super. Man kann schneller laufen. Das muss ich mir erstmal alles merken, denke ich mal. Und, äh, ja. In 10 Sekunden geht's los. Waiting for players. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hier schon genug Spieler, die spielen? Mal sehen. Aber es startet auf jeden Fall jetzt erstmal. Ja, es gibt tatsächlich genug Spieler. Oder sind das Bots? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe total, äh... Na, wie nennt sich das? Langweilig aus. Im Gegensatz zu den anderen, die die ganzen Kostüme anhaben und so. Aber ich könnte fast glauben, dass das alles Bots sind. Oh, Wassereimer. I love Wassereimer. Okay, wir versuchen das einfach mal so gut wie möglich zu schaffen. Und dann gucke ich mal, was man da Schönes für bekommt. Noch mehr Wassereimer. Oh ja, da ist jemand reingetreten auf jeden Fall. Man darf nicht so in den Sand kommen. Das ist nicht gut. Da werde ich langsamer. Okay, da... Da haben ganz schön viele so einen Glücks-Klee bekommen. Das hätte ich auch gerne. Obwohl da momentan keiner Wassereimer setzt oder sowas. Ah! Verdammt. Ist doch gar nicht so einfach zu handeln hier auf Dauer. Ja. Okay, das mache ich, wenn jemand einen Wassereimer setzt kurz vor mir. Dann würde ich sagen... Okay, und dann habe ich auch gleich was Neues. Das war so mein Sinn. Was ist das? Mist, das habe ich mir natürlich jetzt nicht durchgelesen. Ich weiß nicht was. Aber es läuft ganz gut. Okay, noch eine Runde. Wenn ich meinen Vorsprung ein bisschen ausbauen kann, wäre das natürlich super. Jetzt läuft da auch... Ah! Mist. Das wirft mich jetzt wieder zurück. Wassereimer! Oh, oh. Mehr Wassereimer hier. Verdammt, was ist das denn? Das war für mich jetzt nicht so gut. Zum Glück läuft da noch jemand hinter mir in einem Wassereimer. Und da ist noch jemand in meinem... Achso! Oder habe ich sowas gesetzt? Wie gesagt, ich weiß noch nicht so wirklich alles, was was ist. Aber ich gebe mein Bestes, das alles herauszufinden. Denn wie gesagt, es fehlt so ein bisschen... Ähm... Ein wichtiges Tutorial. Okay, ja. War mir eigentlich klar fast, dass es noch nicht genug Spieler dafür gibt. Aber was nicht ist, das kann er noch werden. Und wir haben 50 Gold schon mal dazu bekommen. Das ist doch richtig schön. Und das freut mich. Und dann werden wir jetzt noch mal The Ocean Road machen. Aber Moment mal. Müssen wir mal rausgehen. Ähm... Einmal lieben. Und dann machen wir Einzel-Sendung, weil da spielen wir auch gegen Computer. Und ob wir jetzt gegen Computer spielen... Oder gegen Computer spielen. Nur mit Wartezeit. Ist natürlich besser, ohne Wartezeit zu machen. Machen die Ocean Road... Obwohl, da stand ja gar nicht Ocean... Oh, Shet. Oder was stand da? Verdammt. Habe ich jetzt nicht richtig gelesen. Egal. Aber das werden wir auch noch machen. Lauf! Und gib nicht auf! Ich will auch so tolle Kostüme haben. Mist. Jetzt legen die mir bestimmt direkt einen Wassereimer vor, die Hufe. Oh, schön mit den Regenbögen im Hintergrund. Waaah! Ah ja, stimmt. Man kann ja auch springen. Habe ich ja schon total verdrängt. Ah, wie gesagt. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich damit machen kann. Mit diesem komischen Stock. Flügel! Flügel machen mich schneller! Los geht's! Vielleicht hätte ich erstmal gucken sollen. Oh, die Kurve ist echt schwierig. Vor allem, ähm... Das Gefühl, wenn man spielt, ist jetzt hier nicht so, als wenn man wirklich läuft. Sondern es fühlt sich eher... Wie so schweben, so ein bisschen. Man sieht das ja auch beim Laufen, dass die Animation noch nicht so ganz optimal ist. Aber naja... Wie gesagt. Ich hoffe auf Updates, dass da noch ein bisschen was kommt. Und die nächsten Updates sollen ja kommen. Ich weiß nicht. Ich drücke einfach mal alles. Okay. Lauft alle in die Wassereimer rein. Genau. Wassereimer sind toll. Voll erfrischend und so. Ja, leider werde ich diesmal nicht den ersten Platz bekommen. Wenn doch, dann ist es noch ein echtes Wunder. Ah, boah. Gold? Was war das denn? Oh mein Gott, das Symbol kenne ich auch noch gar nicht. Egal. Jetzt kommt gleich die letzte Runde. Oh, ich bin ganz schön schwammig hier immer so mit hin und her. Nicht so schön. Es wäre auch schön, wenn... Jetzt hat er mir genau das vor der Nase weggeschnappt. Also sowas. Äh, wenn andere Musik sein würde. Oh nein, jetzt bin ich ja in den Wassereimer getreten. Sowas Blödes. Mist. Denn die Musik finde ich nicht ganz so super. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Okay, Wassereimer nicht rein. Ach, noch eins bekommen. Verdammt. Ey, jetzt bin ich tatsächlich... Äh, das war aber auch blöd von mir jetzt. Na gut. Werde ich halt letzte. Man kann ja auch nicht immer gewinnen. Na... Komm, siebte. Lass mich siebte werden, wenigstens sechste. Na, wenigstens sechste. Genau, die kann man hier einsammeln. Verdammt. Die hätte ich echt einsammeln sollen. Okay. Habe ich dafür jetzt irgendwas bekommen? Das muss ich mal gucken. Oder muss ich die... Ne, habe ich nichts bekommen für. Ich glaube, man muss tatsächlich diese Dinger, die da an der Seite immer oder zwischendurch sind, einsammeln. Ich weiß nicht, ob man drauflaufen muss vielleicht. Oder ob man die, ähm... Anklicken muss. Das müssen wir auch nochmal herausfinden. So, Scheune, Schmied, Stall. Gehege, Watzening, glaube ich nur. Wie gesagt, ich muss nochmal ein bisschen ausprobieren. Das sieht aber auch sehr schön aus hier. Wo konnte man neue Pferde einstellen? Ich glaube, wir können sowieso noch keins kaufen, weil wir zu wenig Kohle haben. Ach nee, äh... Stall wollte ich gehen. Aber ich würde wirklich gerne einfach nur mal wissen, wo das ist. Ähm, konnte ich nicht auch noch ein bisschen weiter gehen? Habe ich den Stall nicht abgegradet gehabt? Ich dachte, ich hatte den Stall abgegradet. Tatsächlich. Okay, gehen wir mal kurz auf die Großansicht. Hier, Stall. Doch, ich hatte den doch schon abgegradet. Gehabt. Weil normalerweise, wenn man den upgradet, dann hat man einen Platz frei. Also einen Platz mehr für ein neues Pferd frei. Und ich dachte wirklich... Ich hatte das schon gemacht. Ich könnte schwören. Das habe ich doch mit euch zusammen gemacht. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Kostüm Lamp Bag. Ja, ich möchte eigentlich aber noch nichts weiter kaufen. Ist nicht so toll, jetzt schon was zu kaufen. Ja, aber wir haben jetzt auch keinen zweiten Stall mehr hier. Okay, also das irritiert mich alles noch ein ganz klein bisschen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ich würde sagen, die Folge hier ist jetzt erstmal zu Ende. Das nächste Mal werden wir wieder ein bisschen reinmachen, ein bisschen sammeln, damit wir ein bisschen Kohle zusammen kriegen. Und anscheinend brauchen wir 900 dann doch. Um das zu machen. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin ein klein wenig überfragt gerade. Aber ich kann ja hier nochmal gucken. Nee, hier kann ich nur speichern. Warte. Achso. So geht es einfach weiter. Gut. Wie dem auch sei, hier hängt eine Jason-Maske. Das ist ja schon sehr böse. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge werde ich ein paar Keys verlosen. Denn ich habe noch ein paar Keys für euch. Und da könnt ihr euch schon mal überlegen, was ihr gerne für Fabelwesen züchten würdet. Also ihr selber ganz persönlich, wenn ihr Fabelwesen züchten könntet, egal was es ist, überlegt euch schon mal, was ihr gerne haben würdet. Denn die brauche ich für die nächste Folge. Die brauche ich für die Verlosung dann. Und ja. Wie gesagt, alles viel mehr dazu in der nächsten Folge. Also bis später. Und auf Wiedersehen.